Wir sind die Gurgel Schnick und wir zeigen euch heute das beste Spiel der Welt. Es wäre optionär. Aufgefasst. Spannung steigt. Schnick, schnack, schnack. Schnick, schnack, schnack. Ja. Also eine große Erklärung. Wenn man mit Blatt gegen Stein gewinnt, darf man demjenigen eine Aufgabe geben. Wenn man mit Schere gegen Blatt gewinnt, darf man dem an die Nase schnippen. Und wenn man mit Stein gegen Schere gewinnt. Immer mit Stein. Ich stuch hier. Ich stuch hier. Das ist Vide und warum auch das angekommen ist. Ich bin echt, okay. Florida ist das Geist und wie sie in der Zeit zeigen. Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020